Hallo liebe Pilzfreunde und willkommen zu einem neuen Video League of Legends, ähm, ja, ich spiel Rhaegar und wenn du noch spielst, zack. Hallo Leute. Als ob da jetzt auch noch so ein fucking Jack's Toplane rumchillt, man. Finn, die Aufgabe. Ich hab da keinen Bock drauf. Weiß ich, ich krieg noch nicht mal Last-Hits. Der Typ fackt mich jetzt schon ab. Mann, ich hatte letztes Spiel schon so behinderten Checks, alter. Ne, warte, doch, als ich Riven gespielt hab. Ich krieg halt echt kein Last-Hits, Alter, was ist das? Ich, ich wollte eigentlich LeBlanc spielen, weil ich geschaut hab, welche Champions ich so als letztes gespielt hab. Das ist mir auch vom Final-Key kennen, spiel ich besser, äh, spiel ich jetzt eher nicht. Ähm, ja. Aber LeBlanc wird gewandt. Und Z übrigens auch. Dann konnte ich die beiden leider nicht spielen. Und eigentlich wollte ich Channel spielen, aber ich hab nicht richtig geguckt und da war ich auf einmal Toplane. GG. Also ich, ich glaub, gegen Ryze ist jetzt nicht so cool, aber... Oh, scheiße. Auch gegen die Rütze, Mann. Böse Rütze. Kann ich einfach mal abhauen? No, Alf. Er hat kein Flash mehr. Weil, weil Shaco kam und der... Gott, das war grad richtig geil, weil er sauoffensiv ist. Im Moment. Boah, richtiger Knecht, Mann. So, da muss ich jetzt wegjumpen. Das Problem ist, ich bin richtig low. Ich mach das jetzt auch so eine Ticke, Mann. Er kommt wieder. Es ist richtig gut. Ja, kann er mal zu mir kommen? Ich brauch das viel mehr. So ein Knecht, Alter. Gegen Checks kann man nichts machen. Er macht's gut, er fuckt ihn so richtig hart ab. Oh nein. Oh, ich hab elf Lasted, er hat 20. Äh, ich hab grad mal nachgeschaut. Aber man maxst wirklich, ähm... Auf jeden Fall die Qs erstes. Ich hab die früher nicht ganz hoch gemaxst, weil die... W halt mehr Damage macht, aber... Man soll die Q trotzdem hoch maxen. Auch wenn die W nicht 1 zu 1 bis 1 bis 1 bis 1 bis 2. Shish, ich kann nicht weg. auch Jörgen war ach ich habe ja noch mal meine Passive! LOL! ja natürlich er ist fast gestorben, Alter! Also er war unterm Tauers, also Chi ich war gerade hier mit Klassen beschäftigt Alter diese Autotexte... Ich habe meine Passive voll vergessen gehabt. So irgendwie langsamer als Anivia, weil ich habe gerade Anivia gespielt und selbst da sind wir schneller. Willst du mich verarschen, ist das Chi-Shirt wieder da? Chi-Camp mit Hilfe geweckt? Dings kommt gerade nach oben Jaja, aber trotzdem ist der Typ da das finde ich nicht nett Krabin! Läuft ja ganz gut mit... Ja, wenn Chi nicht Jungle wäre und Toplane, dann wäre das ja. So nicht und so ist immer noch Jack's Toplane Das ist halt schon Reudig so Alter! Ich finde Ryzen ist auch Reudig! Jetzt habe ich einfach Blub auf Floyd! Er hat eine extrem schlechte Winrate, aber ich weiß nicht ganz warum Ja okay, klar, weil die Leute ihn noch nicht so gut können, aber ich denke schon, dass mittlerweile müsste es doch schon wieder fast mit Badlands zünden! Boah, Alter, jetzt muss ich voll weg, weil sonst wäre ich gestorben, Alter! Ich pick ihm mal Hilfe, weil ich glaube, wir können ihn extrem einfach töten! Okay, wenn Jack's nicht da ist, kann ich richtig Geil-O-Last hitten! Ansonsten nicht! Weil dann kann ich schön an die Minions ran und reinspringen! Oh Scheiße, verdammt! Er hat leider zu viele Leben! Sonst werde ich bald mal etwas versuchen! Ich weiß gar nicht mehr, was kauf ich mir denn als erstes bei Dingen, ich kauf mir das hier! Auf Sack? Ja, das kannst du echt machen, wegen deinen Trouble-Teilen, die du aushabenst! Ich weiß jetzt nicht, ob die auch zu passive gehören, ich darf die gehören ja auch zu passive Ja, ja, ich... Ja, ja... Hast du schön gesagt! Ah, Scheiße, da muss ich doch flashen! Du spielst ja Rager, stimmt, Leute! Hab ich voll nicht realisiert! Ich hab 25 Fahr, was geht bei mir ab, Alter! Ich hab das schon richtig aus dieses Bau! Ähm... Der hier wollte... Er will nach oben kommen! Ja, so Ja, ich sehe es! Ich glaub, er die Machen, der macht die Klufe, glaubwürdig. Ähm... Ja, dann ist jetzt irgendwann mal so... auch als es genau dieses Video gefokust wurde im Tower ich screle gerade einfach mal meine E aber ich habe irgendwie gerade kein Internet beim Handy Alter kam einfach noch Chi ich brauch Hilfe warum camp Chi hier oben eigentlich das geht bei dem Typen falsch man ja und also die sind gerade zu zweit bei mir unterm Tower und ja aber dafür kriegt der Jacks nicht volle XP dann das heißt der hat einen XP Nachteil irgendwann was halt auch bitter ist ja ne weil er 60 Farmer hat und ich hab 33 Alter was ist denn los mit dir du ich wollte jetzt hier ja ich glaube es war gar nicht so wahr auf eigentlich Alter ich glaube ihr habt verstanden dass du das mit Drake machen wollt also ich finde Ryze schon so ein bisschen räudig aber ja ja definitiv ja hier ähm ähm ich muss voll aufpassen dass ich nicht gegen den drauf geh alter was ist denn los mit dem was ist denn los mit diesem ich hoffe ich hoffe ihr den kill shit hier hat nicht den kill bekommen schade schade Marmelade boah alter dieser Knecht ist auch noch Level Level 7 mit checks ey das geht ich tippe nicht ich tippe vielleicht mal Botlane oder so aber es sieht sehr gut aus bei uns also also vor allem sie zu hey 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 du Opfer okay ja ich habe ich habe überlegt ob ich mtp nur ähm da muss man jetzt nicht unbedingt mtp ja auch hier wohin aber das hat halt noch kurz ab dem Zeit und ähm ähm ms war eigentlich geschießt relativ ich komme hoch ja danke ich wurde geht ja ne Ja u н ja wird haLol es war deins ich wollte grad ich wollte grad so stehen bleiben und dachte mir so lol aber na ja Ok es war wohl mhm da bin ich jetzt heute wa- eh ah nein der falsche ist gestorben Oh, jetzt killt er mich. Nicht. Haha, du Opfer. Warum hat der mich denn jetzt angekriegt? Ja, läuft bei Shaco. Ja, der war doch fast tot. Ich mein, ich hab irgendwie noch ne Ulti. Aber ich, ich geh eh ins late, ich farme jetzt ein bisschen, also ich hab jetzt nicht so mit nem krassesten Farmen, aber. Okay, jetzt muss ich auch flashen, scheiße. Er hat geflasht, ich hab geflasht. War jetzt vielleicht nicht ganz so worth? Doch, ich denk schon. Ist, glaub ich, jetzt nicht so schlimm, weil du bist schon relativ mobil. Mobil zum Spiel. Geil. Ja, wenn du meinst. Geil. Es steht auf so nem Fußball-Auto bei mir im Dorf. Ein Fußball-Auto? Steht drauf, mobil zum Spiel. Voll lustig. Ja, keine Ahnung, da ist doch ein Fußball drauf. Also ein Werbe-Auto oder wie oder was? Da steht mobil zum Spiel. Also ein Werbe-Auto. Was? Was? Keine Ahnung, da steht mobil zum Spiel. Ich weiß schon, dass es ein Werbe-Auto sein wird, wenn da was draufsteht. Oder würdest du dir freiwillig da sowas draufschreiben lassen. Kann sein. Ja, okay. Ist mal cool, die Botline ist gestorben. Ich komm mal zu euch. Wir haben den grad so ein bisschen gestresst. Oh, schau mal. Mhm. Soll ich ein weiter Stress? Oh. Was? Also ab. Hä? Das war voll Fail. Ich wollt über die Mauer jumpen. Aber er ist einfach auf die Mauer und auf die Seite gefallen. Hast du es gesehen? Ja, du hast es einfach nicht über die Mauer geschafft. Ich hoffe, du warst zu fett. Unten rum. Ja, ich wäre so runtergeglitscht, Alter. Weil ich so schleimig bin. Wie unfair. Ich wollte so voll auf Rise springen. Oh, das haben wir nicht gemacht. Und ich hab da hingeklickt. Oh, jetzt kaufe ich mir das nächste. Ich glaube, ich hole mir das. Doch. Ich hole mir das. Dann später. Ups. Äh. Irgendwas wolltest du noch machen? In der Folge. Du darfst nicht vergessen, halt. Hat er noch irgendwie. Ja, ja. Weiß nicht genau. Ich überleg mir zwar, ob ich vielleicht den nächsten mach. Weil dann habe ich mir ein bisschen was mehr dazu durchgelesen. Weil ich keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie ich das Ding richtig benutze. Weil du kannst es auch noch richtig einstellen. Aber ja, keine Ahnung. Das machen wir wann anders. Ich hab auch keine Hotkeys dafür. Dann kommt so eine extra Folge. Wir nehmen ja bestimmt heute noch was auf. Obwohl vielleicht am Ende der Folge oder so mach ich's. Dann zwinge ich die Leute, dass sie dranbleiben müssen. Hehehe. Nein, Spaß. Und dann eigentlich ist gar nichts so. Was ist los mit dem hier? Der steht da vorne auf. Kein Busch rum. Ne, das Ding ist, ich muss dafür raustappen. Und das kann ich nicht mitten im Game machen. Dafür muss ich sterben. Ja, läuft auf jeden Fall. Ich bräuchte mal Hilfe hier. Toplane so ein bisschen. Danke. Oh, da kommt gleich nochmal der Nächste. Ja, äh, sorry. Ich kann dir grad nicht... Ja, ich mein auch nicht dich. Ich mein so die anderen, Jungler-mäßig und so. Der könnte noch dabei kommen. Komm, hau ab, du... 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 Grütze. Na, der ist halt jetzt nicht so nett zu mir. Aber ist okay. Ähm... Jax fehlt. Oh, guck mal wer da ist. Da ist Jax. Ich komm grad hin. Ziemlich verarschen, Checks. Ich hab immer noch ne Ult. Äh, dann... Dann darfst du sie gleich einsetzen. Kleiner Knecht. So, komm. All in. Alles drauf. Komm. Ah, genau ist. Bin dabei. Fuck. Ich darf sie holen. Brutz. Ja, bestimmt. Kommt da jetzt auf einmal so fünf Millionen Leute. Was ist das denn? Ach so, Leute, das war... Ja, fail. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich wollt noch... Äh, hab ihn jetzt. Äh, ich hab noch besser. Ich werde eh sterben. Hab ich mir gedacht, dass ich jetzt Münster und Assist. Hier ist... Hei, 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 hei... Dieser Wäger... Er ist einfach immer da, wo er sein soll. Naja. Außer halt unteren Tower, da geht er auch auf. Das soll er nicht wenig sein. Er ist geflasht. Geflasht. Gut, dann nicht. Aber gut, meine Passive hat mich mal wieder gerettet. Ich bekomm halt leider nie den Blue, weil das ein Shaco ist und der... Der will das irgendwie nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, der ist wie ich. Ja. Der ist wie ich, wenn ich Jogat spiele. Ach, soll ich zu weit runter gehen? ETF. Ja. Hinter dir ist G, ne? Ja, hier. Ja, ja. Eigentlich... Ups. Eigentlich will ich das gar nicht. Ich will das durch, denn mit SS, ja, muss ich jetzt nicht mehr pingen, jetzt bin ich schon Butler. Ich will das da. Gut, mein Tower ist wahrscheinlich gleich weg. So, ich versuch so viel wie möglich darf mit meiner Q zu nehmen. Meine Q kann die hier hinten one-hitten, das ist gut. Ich will die Supporter enthürtet meinen Midlaner. Schön, dass ich das selbst nicht habe. Nein, ich habe auslösen geulted. Ups. Ich wollte eigentlich gar nicht ulten, aber gut. Ja, passiert. Habe ich jetzt halt auslösen gemacht. Ich habe mich verklickt. Meine Hände waren wieder falsch standen. Der Checkstar bei mir, der Schlinger. Also, Sex spiele ich echt viel lieber im Jungle. Ja, vor allem jetzt gegen so einen Jax stehe ich es mir jetzt auch nicht so nice vor. Ja. Aber das wäre zumindest mit Leben. Der hat keinen Bock mehr auf deinen Line gehabt. Finde ich ganz gut oder kann ich ein bisschen pushen? Ne, der pusht jetzt bei mir, aber das finde ich nicht so gut. Ich lasse ihn einfach nicht pushen. Oh ne, er ist weg. Ich weiß, ich habe schon geguckt. Ähm. Aber ne, für mich ist es halt wichtig, weil sonst kommt er zu mir. Der ist halt leider mit Jax auf Level 7. Was? Auf Level 7? Level 7? Mhm. Achso. Ach guck mal woher ist. Hallo Jax. Boah, Alter. Ich dachte in Level 7, also in-game Level 7 so. Nice. Ich habe noch nichts bekommen. Wollen wir den auch machen? Es sah so aus, als wäre das saufere Damage auf meine Ult hier. Aber eigentlich war das Ult hier und W halt gleichzeitig. Okay, es war trotzdem saufere Damage. Ich habe leider noch keine Ult. Meine Ult ist noch nicht da. Nein, na Spack, ey. Okay. Ich glaube, ich gehe mal kurz zu. Warum nicht, ne? Ach guck mal, Shaco ist auch da. Der ist ein guter Shaco. Also ich finde nicht viele Shaco gut, weil sie den Champion picken. Und ja, man damit die Early Game Pressure hat, weil im Late Game ist halt einfach scheiße. Das sagt mir nicht, dass er auf jeden Fall von hinten kommt und einen One-Shotted. Dann kommt der Supporter und... Habe ich nicht. Geh so. Geh so. Geh so. So. Ich gönne mir jetzt deren Jungle Monster, Alter. Genau. Und da war gerade Jacks. Deswegen will ich hier wieder weg. NEU, ich wollte noch nicht assist haben. Egal. Ich finde ein Drachenassist ist sowas. Keine Ahnung. Also da wirklich, ja. Hallo, das ist das Worf, man. Wenn man dafür alles raushaut, nein. Oh, ich hab mit der Pencil, yay! Ja, so hinten geflasht, hingeultet und so alles und... Ja, nein, hab ich nicht. Meine Olde ist sowieso auch cool, da und momentan. Ja, ja, da sind auch zwei, die denken. Oh, guck mal, wer hat sich hier hin? Wo Dings nicht? Oh! Da haben die sich in den Dings. Die haben sich echt richtig krass gedingst, finde ich so. Komma, easy, Alter. Also wir sehen, wie krass ich war. Ja, das war schon hart. Oh. So, jetzt. Wer macht den schneller einen Autotech? Mein Autotech ist auch langsam, aber... Ja. Ja, meine auch. Also meine... Ich wollte gerade sagen, der Autotech ist cool. Dauert ein bisschen. Genau in meinen Dings reingedingt. Oh nein, da ist noch jemand. Weiß, was ich mein. Nein. Ah fuck, da steht ja noch ein Tower. Ähm, gut, ich ignoriere den Tower mal kurz. Ich hab noch Pässe. Mein Ultimate. Nein, komm mal, ich komm mal, ich komm mal. Alter. Der tötet dich noch. Da ist er. Ey, ich bin weggejumpt, Mann. Doch, halt. Natürlich tötet er mich nicht. Ja, aber ihr tötet ihn. Warte, dass ich einen Kill nicht begonnen hab. Ich stehe 2.06. Ich hab auch nur am Anfang... ...gebe zu. Tollt. Kam einfach mal so eine Ultwop an mir vorbeigeflogen. Oh, das war's vom Game. Ich tp-nummer auf. Ich will tp-n. Was? Oh. Ja? Finn. Wie das? Darf ich die Abmoderation heute machen? Okay, der will nicht die Abmoderation machen. Krass. Also. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ... lasst noch eine Postie bewerten da. Wir würden uns beide freuen. Und, dann, bis zum nächsten Mal. Und, tschüss. Halt. Das ist so geil. Ja, ich bin Level 4 mit, ähm, 2. Lach nochmal. Lachen ist einfach so. Ich hab weh gespielt. So. Nach dem Lachen, du bist immer. Ja, ich war halt. Das ist doch lustig. Hallo. 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 Ich kann dich nicht ernst nehmen mit dieser Lacher. Hahaha. 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 Find, find, guck mal auf Topline. Ich find, das passt voll gut für den hier, guck mal. Guck. Ja, das ist die perfekte Stimme, das der Mann. Hahaha. 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 Hahaha.